Hier ist ihr Wort, dass sie dieses Wochenende befehlen müssen. Vers Jesaja 58 zu 8 Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell erscheinen. Gott will, dass etwas in meinem Leben passiert. Ich muss handeln, um seinen Befehl zu erfüllen. Dann werde ich geheilt sein und sein Licht sehen. Wer gute Ergebnisse braucht, sollte hart arbeiten. Folge seinen Befehlen. Um Fehler zu vermeiden, vermeiden sie die Hindernisse. Folgen sie der Hauptstraße. Der Herr wird auf jeden Fall zu ihren Gunsten sein. Er wird uns heilen, wenn wir unsere Krankheit nicht verstecken. Und dann seinen Vorschriften folgen. Gebet Mein Gott und Heiler, lass dein Licht auf meinem Weg leuchten. Lass deinen Geist auf mich herabkommen, damit ich in deinen Geboten wandeln kann. Breite deine Hände aus, damit ich in dein Zelt der Barmherzigkeit eintreten kann. In Jesu Namen bete ich. Amen. Habt ein gesegnetes Wochenende. Ihr Zelt der Barmherzigkeit. Das ist die Katrin an. Ich schluss an. Scheeling. Alles wird die Augen, die in deinem Geist aufgew scorpien. Eines können. Ich schluss an. Ich schluss an. Immer wieder wapen. Ich schluss an.